Hi Becky, ich verfolge deinen True Crime schon ewig, bin aber eher stiller Zuschauer, ich mache lange Musik und hatte nun eine lange Pause. Ich würde gerne für dich und deine Community in 60 bis 90 Minuten einen Song schreiben. Hast du Lust? Also immer, der Ultra. Tu das gern, wenn du das möchtest. Also es überrumfelt mich jetzt ein bisschen, aber du, also klar, voll. Okay, obacht jetzt, Chet, here comes. Hey Becky, hey Chet, hey Community. Vielen Dank, dass ich euch einen Song widmen darf. Wir fühlen uns auch sehr geehrt. Ich kann dabei, glaube ich, gar nicht essen. Hey Becky, du bist so stark, du bist so stark, hast so viel Last dazu tragen, denn auch bist du da für uns und saß da am Abend oder am Tag. Ich will hiermit einfach Danke sagen und verfolge dich seit Jahren. Werd dich in meinem Herzen tragen und der Podcast mit Helena. ist aber erst die Sahne. Das ist so viel Content und manchmal raubt es Kraft. Lass uns dein Otter sein. Komm, wir nehmen dich an die Hände. So ziehen wir von dannen. Bereisen diese wundervolle Welt, die dir zeigt, dass alles möglich ist, wenn du nur fest dran glaubst. Und wenn du dich verläufst, bleibe nicht stehen. Du schenkst dein Kompass und weißt dir den Weg. Und denke daran, wenn du dich im True Crime verlierst oder im Supermarkt deine Kunden bedienst. Diese ganze Aufmerksamkeit hast du dir verdient, denn du bist unsere Sonne, weil sich unsere Welt um dich dreht. Das ist schon sehr, sehr süß. Ja, das ist schon sehr, sehr süß, der Ultra. Da können wir schon... Da können wir schon klatschen. Das war sehr, sehr schön. Ich bin einfach zum Song aufgewacht, ja. Also, hä? Es hätte keinen besseren Wecker geben können, Helena. So, wo bin ich? Vielen, vielen Dank, der Ultra. Alle mal der Ultra loben. Das war sehr, sehr süß. Das war wirklich sehr, sehr süß. Vielen Dank. Ach man, ihr seid wirklich Mausis. Jetzt müssen wir beim Pancakes essen zu gucken. Ja, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie der Command geht, ne? Guten Morgen, Helena. Ja, Helena ist einfach wach geworden und war so, hä? Hä? Warum? Ich kaufe einem Lied vor, was jetzt passiert. Großartig. Das war wirklich sehr schön. Vielen, vielen Dank. Hat schon sehr gehittet. Jetzt müssen wir uns einmal kurz wieder sammeln. Überlegt gerade. Und wünsche euch noch einen wundervollen Stream. Und zieht durch, Becky. Dankeschön, der Ultra. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.